Fick jedes Mal mit deiner Scheiße hier ab! Nicka Donidas! Moin Wilke, grüßt dich ja, gell? Alles super. Ich glaube, ich bin der einzige hier im Verein, der noch einen Führerschein hat. Einen gültigen. Dann dachtest du dir, ich hole einen Toilettenwagen ab und nehme gleichzeitig noch Schläuche auf. Ich kann ja mir nicht nur denken, das ist ja auch das. Das ist ja nicht jedem gegeben. So nimmt man Schlauch übrigens nicht auf, ne? Nur, dass du es da mal weißt. Oh, Jungs! Nicka Donidas, musst du hier auch noch die Toilette sauber machen, was? Toilettenfrau. Irgendwas kann jeder. Ach du, ah! Aber das ist ja auch toll, so ein Toilettenwagen, ne? Ja. Liebe Leute da draußen, wir wollen ja auch so einen Toilettenwagen haben für unseren Verein. Aber die sind die Schweine teuer. Da haben wir vielleicht gedacht, ein altes, gebrauchtes Teil, was man wieder aufbauen kann. Ja. Und Harald ist ja der Organisator. Der holt ja aus ganz Deutschland Teile weg für Apfel und Ei. Kunstdünger wurde ja gestern auf diesem Platz aufgefahren und haben ihn gestern Abend noch gewässert und heute Morgen um 7 direkt wieder die Spenge an, weil es muss gewässert werden. Ganz, ganz gefährlich bei Hitze mit Kunstdünger, wenn du da nicht wässerst, das kann ja den ganzen Rasen verbrennen, ne? Jetzt habe ich ganz vergessen zu fragen, Harald, also die Zuschauer. Wenn noch jemand ein altes, gebrauchtes Teil im Garten stehen hat, soll er sich bei uns melden, wa? Schön so einen alten Toilettenwagen oder gibt es irgendwelche Varianten von... Du solltest auch sich einschränken, wenn jemand irgendwo ein Wagen stehen hat, nicht im Garten, egal wo. Ja. Es würde Leute geben, die sagen, ja gut, er hat nicht Garten. Er hat Garten gesagt, er steht aber bei Auffahrten. Das wollte ich damit sagen, du hast es schon verstanden. Das habe ich vorhin schon gesagt, es ist nicht jedem gegeben, nachzudenken. Das ist doch. Hast du jetzt dann alles? Ganz ruhig, ganz ruhig. Hau, halt! Was haben wir jetzt vergessen? Denk mal nach. Ah, nachdenklichen Steffeld. Nachdenklichen Steffeld. Kurbel. Wo ist die Kurbel denn? Wenn ich wüsste, ich glaube ich vorne. Gut. Endliche Uhr, liebe Leute. Schaut mal, es sind wieder acht Tage ins Land gegangen. Sieht natürlich jetzt schon deutlich besser aus. Allerdings muss er jetzt eben gemäht werden, dann nochmal nachsehen, anwässern und Feierabend. Das Wichtigste hier ist immer zu schauen, ob Benzin drin ist, weil das ist hier, ne? Wie ist es schon? Jo. Top! Ich habe den Verschnitt drauf liegen lassen. Ist stellenweise echt noch trocken hier und da kommt die Rasensaat nicht durch. Also wieder wässern, 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 wässern. Gucke mal an, hier steht ja schon einer. Schlauch dran, fertig. Jetzt kommt aber was. Na los! Wer ist schlecht geworden? Ich habe halb, nervtest du mit Hund und Rollen und du warst für unsachlich. Ich habe nur gesagt, ich mache ihm die Lampen aus. Du hast gerade vor einer Minute gesagt, du regst dich heute nicht auf. Ne, mache ich auch ja nicht. Das ist auch genau ruhig. Das wird mich um gesunder Blutdruck. So, komm, an der Arbeit. Ja, du nervt nicht. Du bist unwahrscheinlich am nerven. Ah! 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 Oh! Bist du wahnsinnig? So, und jetzt reicht's. Und jetzt reicht's. Du, du hättest die Kamera daheim. Interessiert mich deine Kamera? Und wenn ich 20.000 Euro kaufen würde, ich hau dir den Schlappen um den Ohren zu. Verdammte Scheiße hier. Ich dachte, du regst dich nicht auf. Blödmänner hier. Hau ab! So, jetzt ist Schluss mit lustig. Wieso? Jetzt muss erst mal die Eckfahnen aufgestellt werden. Und dann hab ich da, glaub ich, noch ein Problem gehört. Maulwurf. Ja, der Maulwurf ist wieder da. Aber wir haben ja jetzt die Piepsgeräte, die du besorgt hast. Die werden wir da reinstellen, ne? Hast du die überhaupt noch? Ja. Einer steht da, einer steht da. Die Piepsgeräte. Ja, was ist das denn? Die piepsen doch. So la, so na. So la, so na. So la, so na. Du hast so na, so la und so einen anderen Koppersuch. Du bist mir froh, wenn am 15. die Plätze neu gemacht werden. Ja. Weil ihr sprengt nur da. Hier kommt der nicht hin. Udo. Ja. Was soll denn da noch wachsen? Ja, aber hier ist doch betrocknet doch aus. Hier muss doch Feuchtigkeit rein. Wir wässern hier den ganzen Tag überall. Ja, aber nicht hier. Überall. Das sagt König Wasser. Udo Tesch höchstpersönlich. Ja. Letztes Mal, als du die Sprenger aufgestellt hast, da war das komplette Vereinsheim nass. Nee. Jawohl. Das war nicht die letzte Mal auch. Ja, dann hast du den aufgestellt, den Sprenger. Du bist nämlich so ein cleverer Bursche. Der Sprengwagen hat eine Reichweite von 40 Metern. Und du stellst ihn acht Meter von der Bande weg. Das ganze Vereinsheim hast du nass gemacht. Ja. Anstatt den so hinzustellen, dass der Platz nass wird. Du gibst uns immer die Schuld. Nö. Letztes Mal, wo ich die Sprenger aufgestellt habe, da ist Napoleon nur durch Afrika gezogen. Napoleon war nicht in Afrika. Ja, dann in Europa. Obwohl, jetzt kommt bestimmt wieder, da muss ich selber drüber nachdenken. Ja, siehste, hat er dich gekriegt. Ja, weil Afrika, welche Länder gehören denn schon zu Afrika? Tunesien. Boah. Marokko. Ägypten. Ägypten. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Und ich bin ja schon ein Geschichte-Fan. Ja, das weiß ich ja. Hab ich dich erwischt? Da hab ich ihn erwischt. Das ist... Haha, da hab ich ihn erwischt. So ein Zockerplatz gemäht? Natürlich. Oh. Udo. Aber wenn man Zockerplatz mäht, dann muss man auch die Kanten mal schneiden, ne? Alles kann ich auch nicht machen. Nee, das war mir klar. Alles kann ich auch nicht machen. Ach, komm lass es. Da scheinen wir nicht mehr hin. Ha? Der Wal wird bewässert. Ja. Natürlich wird der bewässert. Der muss auch bewässert werden. Ach so. Und Rasenmäherplatz ist jetzt hier, oder was? Ich dachte, du regst sie heute nicht mehr auf. Hey. Und so. Und wo hast du das Schnitt gut gelassen? Auf dem Rasen. Oh. Was sind meine Augen da? Hat der Udo aufgeräumt? Die Haken stand hier gestern auch nicht drin. Jawohl. Nein. Da sollen alle Werkzeuge drin stehen. Was ist jetzt denn vor? Was hab ich dir gerade gesagt? Die Jugend spielt die heute. Du meinst du, dass mir ein Cheerleader-Auftritt hat in Ohio beim Football-Spiel, oder was? Was? Ja, Cheerleader. Kennst du das nicht? Bei denen muss ich zwei haben. Da zeig ich dir. Pompons heißen die doch, oder nicht? So. Dann haben die zwei Fehlchen gehabt und dann geht das. Und dann tun sie so ein bisschen wackeln. Komm, jetzt machen wir den Turm. Kletter da mal auf die Garage hoch und dann mach das da oben. Mhm. Du weißt schon, dass ich bald 59 werde, ne? Und meine Knochen bisschen müde. Nein, du hast das Alter noch erreicht. Ich hab noch einiges vor dieses Jahr mit dir. Mhm. Nee, brauchst du nicht anpacken? Nein. Du bist ein bisschen grün, oder? Nein! Soll ich jetzt, soll ich jetzt, soll ich dir jetzt, hast du das schon wieder kaputtgemacht? Ja, da ist eine Fahne runtergefallen. So, Dicke. So, Udo. Wir gehen jetzt. Soll ich dir eine Fahne abnehmen? Aus deinem Munde? Ja, eine kann ich dir wohl abnehmen. Ja, super. Du gehst vor. Warum? Weil du wieder ein ... Wie soll ich denn dich filmen, wenn ich vorne laufe? Ja, ich kenn das. Was? Du haust mich. Ich hau die alle drei um die Ohren zu. Und wenn sie den brechen, dann brechen sie. Ich mach die hoch. Mach ich doch. Nee, du hältst die runter, dann fällt die Fahne ab. Pixi. So. Gib mir die her. Gib mir die her. Das hat keinen Sinn mit dir. Udo, ein bisschen Spaß. Kannst du mir ... Aber jetzt lass das Ding drauf. Okay, mach ich. Ich ärgere dich nicht mehr. Pixi. Stecki. Udo, keine Wutanfälle. Das ist Vereinseigentum. Ach so, Vereinseigentum. Aber wenn du mich jetzt auch an Pixi und Stecki und ... Stecki. Udo. 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 Du hast eine Fahne verloren. Und ... Oh, bitte. Ich hab einen anstrengenden Tag gehabt wohl schon. Ich ärgere dich nicht mehr. Geh vor. Nein, ich kann nicht mehr. Vertraust du mir? Nee. Wieso? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Zieh ihn da runter. Kann ich doch nicht dafür, dass du die Fahne so lackst. Ah, ich bin umgeknickt. Ah. Siehste. Guck ihm, wie blau der Fuß wird. Ja. So. Jetzt hab ich mich selber verletzt. Oh, zieh ihn bitte. Komm, wir gehen jetzt vorne auf die Arbeit. Ja, komm. Ich hab mich selbst hier nicht verletzt. Soll ich jetzt Mitleid haben oder was? Ein bisschen. So, komm mit. Wir haben zwei, lass mal stehen. Die Schweinepucke kommt ja auch gern. Ja. Da sitzt er. Wenn ihr sprengt hier, ja? Bewässert. Ja, so das dann. Dann müsst ihr ein bisschen zur Bande hinsprengen, damit wir alles brauchen. Danke, Udo. Bitte, Wilke. Soll ich ein Foto einblenden, wie die Plätze früher aussahen, als du das gemacht hast? Wir haben den Platz mit Kunstdünger vollendet, wollte ich gerade sagen. Versehen. Ja. So. Wir haben sieben Sprenger. Ja. Alles können wir jetzt auch nicht mitnehmen. Aber weißt du, was da hilft? Dann nimmt man mal einen Wasserschlauch in der Hand und läuft man da hin. Und dann macht man das ihm nass. Ja. Dass ich dir das erklären muss. Nö. Jawohl. Nein. Doch. So, können wir jetzt zum Maulwurf gehen? Ja. Aber der Maulwurf wird sicher nicht da sein. Der ist mal seine Tante auch besucht. Der gibt Kaffee und Kuchen, du Dussel. So, mir hat schon Probleme entdeckt. Welches? Maulwurfproblem. Hier unter der Bande läuft er lang. Siehst du das? Von da nach da nach da. Ja. Und jetzt? Jetzt tue ich erstmal das Signalhorn da rein. Das Piksgerät, das steht da vorne. Da ist ja momentan Ruhe. Dann nehme ich den da raus, tu den hier rein und dann wollen wir mal gucken. Aber wieso ist das jetzt Juni? Warum kommen die jetzt? Das ist doch viel zu warm. Das verstehe ich nicht. Wie ist denn? Vibriert. Ich habe schon Gefühle in den Händen gehabt. Ein bisschen vibriert. Ist auch nicht verkehrt, wenn man Gefühle da in den Händen kriegt. So, so. Weißt du, wenn ich dich streichle so, 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 so. Das ist vielmäßig. So, lass mal das Maulwurf umweltfreundlich bekämpft. Jetzt hat Papa keinen Bock mehr. Jetzt wird er nach Hause. Wieso kommt immer wieder der Maulwurf? Ich verstehe das nicht. Haben die mich alle lieb? Dann sollen sie mir einen Brief schreiben, dann können sie sich mit mir mal treffen. Aber nicht immer auf unserem Platz. Nee, komm mal her. Jetzt will ich dir mal was zeigen. Der Turm hat ja hundertprozentig die Löcher gestoppt, ne? Ja. Jetzt pack auf. Alles zugemacht. Aber das lockt sich der nicht. Was ist das, deine Schlussfolge? Er braucht eine Brille. Nick Adonidas. Ja, Nicke. Harald. Und schon wieder machst du Arbeit, die du nicht machen sollst. Den Dudlab, ne? Ja, genau. Den Dudlab. Ja. Was ist das denn hier jetzt für ein Schauspiel? Aufräum, Maxi. Ich mach da gar nicht mit der Kamera hochschwenken. Dann lass es lieber. Lass es lieber. Aber du kannst es ja machen. Du brauchst es ja nicht veröffentlichen, oder? Ich hab die Fotos reinigen jetzt sauber gemacht, dann kann ich jetzt nach Hause gehen. Ja, dann guter Job. Harald, warum bist du denn dabei, das drüben Dach zu säubern? Weiß ich nicht. Das konntest du dich nicht mehr mit angucken. Ehrlich gesagt nein. Aber du entlastest damit ja auch die BG, würde ich jetzt mal so sagen. Und wenn Tesch da hochklettert. BG, das weiß ich nicht. Bin ich nicht, ich bin noch nicht versichert. Unser Verein. Ja doch, klar. Ja. Aber du entlastest ja. Aber Udo, willst du dich ja verletzen oder was kaputt machen? Kaputt machen. Das Dach hat den Bogen gerade so durch. Bei meinen 80 Kilo. Ach du ahnst es nicht. Da hätte er ja gar nicht hochgelaufen. Und ganz schön glitschig. Das sollte man auch nicht hochgelaufen. Aber jetzt kommt ja eine Frage der Genauigkeit. Wie der Genauigkeit? Spritzt du von hier zum Hauptplatz oder vom Hauptplatz hier runter? Weil du ja sonst den ganzen Dreck auf dem Hauptplatz spritzt. Das könnt ihr natürlich auch machen. Und das wäre für Udo natürlich eine Freude. Obwohl ich glaube, die Tribüne sieht von hinten auch nicht so prall aus jetzt. Ich habe das schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich versuche das jetzt mal mit der Bürste hier. Innen oder wovon sprichst du jetzt? Nee, vom Dach. Im Prinzip wäre das genau gleich wie mit dem ... Du probier es einfach gern aus, sagen wir es so. Ja. Dümmer werden wir noch nicht durch. Das sind schöne Bleche. Kann ich eine kurze Anekdote zu erzählen? Als wir das Tribünendach gebaut haben, da sagten wir ja, wir brauchen ja solche Bleche. Dann sind wir da hingefahren zum Schrottplatz. Da sagt er, oh blau-gelb. Da habe ich sogar noch welche auf Lager liegen. Er hatte keine Farbe, aber zufällig blau und gelb. Ja, Tirkus Krone, oder? Ja. Erfolgsverein, so ein Stück fällt. Tirkus schon, aber. Ja, aber verrückt oder nicht? Ja, sollte sein. Im ganzen Blech haben wir 200 Euro bezahlt. Guck mal, wie groß das ist. Ja, ich weiß es. Hinten und oben. Ich habe mich total erschrocken. Ich bin gerade da angefangen. Eine halbe Stunde bist du durch. Ja. Eine Stunde hier. Völlig verrückt. Das ist wie das letzte Mal, als du nur für eine Minute kommen wolltest. Ja, das ist auch in die Hose gegangen. Und bist dann vier Jahre hier geblieben. Du hast dich aus Versehen verirrt. Duttlab, ja. Duttlab. Ihr Lieben, da seht ihr jetzt ja mal. Das muss natürlich auch mal sauber gemacht werden. Das Tribündach steht hier direkt unter den Eichen. Ah, das klingt auch herrlich, ne? Unter den Eichen, ja. So wollten wir eine Sportwärze machen. Drei Eichen oder so. Oh, ey. Das ist ja mal ein Getone. Geile Geschick. So. Hier. Bam. Liegst du hier. Hier mal lieber in Deckung, ne? Eigentlich müsste man mit dem Lappen oder sowas da drüber gehen. Sonst kriegst du mit dem Punkt rein. Und genau mit dem Lappen hätten wir auch Mose entfernt drauf haben müssen. Also. Moin ihr Lieben. Ey, wieso lasst ihr Wilfried jetzt alleine die Sprenger auf dem Hauptplatz verstellen? Ich dachte, ihr beiden wolltet euch um die Sprenger kümmern. Also bei aller Liebe hierher kommen und sich die Eier zum Glockenspiel hier benutzen. Das könnt ihr auch zu Hause. Da braucht ihr nicht extra hierher kommen. Ist doch nicht normal hier. Über 60 und muss die Sprenger hier verstellen alleine. Bruno. Was ist das jetzt denn? Normales Fahrrad, E-Fahrrad, Mofa-Fahrrad? Wasserantrieb. Kannst du mir einmal vernünftige Antworten geben? Ein E-Bike. Wie viele E-Bikes willst du denn noch haben? Du kannst ja mal ein Fahrradgeschäft aufbauen. Das ist ein E-Bike für den Fußballplatz zum Testen. E-Bike für den Fußballplatz zum Testen. Du hast so einen an der Gehirnseite, das ist nicht normal. E-Bike für den Fußballplatz. Was willst du denn? E-Bike? Hat der Stollen drunter oder was? Spielt der ab und sofort bei uns im Sturm und schießt Tore? Oder was hast du denn davor? Oder willst du hier eine Fußball-Fahrrad-Mannschaft aufmachen? Du, 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 ältes Gesicht, du. Boah, das nervt das wieder. Wieder ein Fahrrad. Nächste Woche kommst du mit einem Heißluftballon an oder was? Das wär auch mal geil. Ja, nee, nix gesagt. Zurücknehmen. Lieber kannst du hier eine Rollschuhmannschaft aufmachen. Bauen wir wieder ein Fahrrad auf und dann bauen wir noch ein Fahrrad auf. Und dann bauen wir noch ein Fahrrad auf. Und dann bauen wir vielleicht noch mal ein Radgeschäft auf. Du hast so einen an der Waffe. Wir haben nur Fahrräger. Ich dachte, du freust dich darüber. Ja. Wenn ich das mitkriege, ja, da freue ich mich drüber. Ja, das soll mich nicht wundern. Ja, kriege ich es mit? Nee. Siehst du, da soll mich drüber freuen. Was willst du denn überhaupt? Was hat er du denn da? Ja, ja. Was hat er du denn da? Was willst du überhaupt in den Fahrrad? Testen. Ja, aber der bleibt ja wie... Wir haben uns das zum Testen geschickt. Ja. Aber ich dachte, ja, geil. Fahrradtest tue ich gerne. Dann können wir mich über die Wallhecke jagen und so. Ja, ja, ja. Ballheckenschutzgesetz. Nichts über den Wallhecken. Du kannst über die Straße fahren. Aber was... Ach, ist egal. Verhalten darf ich nichts. Wenn es kaputt ist, darf ich bezahlen. Ja. Du hast nichts Besseres zu tun. So, Udo holt das Fahrrad im Haus. Wenn ich wüsste, wo es steht. Hinten in der Toilette. Muss das anmachen oder was? Oh Leute, ich drehe hier ein Rad. Jetzt ist da nichts aufgebaut. Das ist doch im Karton. Bist du blöd oder was? Ne, vergeh nicht. Aber ich auch schon 20 Male sagen. Ich drehe hier ab. Weißt du, wie schwer das Ding ist? Du brauchst hier nicht schreien. Udo ist halt wie Sau. Ich halte hier auch gleich ein. Du solltest mich mit einem Fahrrad mit einem Felsenrand bestellen haben. Das ist noch schwerer. Du holst es sich, du. Du Fahrrad mit einem Felsen gesucht. Ey, da ist doch kein Fahrrad drin. Weißt du doch, Udo willst du mich verarschen? Das kann man so ziehen. Ja. Manchmal, ey. Ja, was denn? Manchmal. Manchmal möchte ich schon die Sonne genießen. So, komm. Ja, Schi. Jetzt geht's auf einmal. Tra, Marquis. Geh, du mach mit der Kamera. Geh, du mach mit der Kamera. Ich mach das schon. Ich helfe dir doch. Du wirst. Alter, krieg doch oben hier. Hier. Ja. Wo fahren wohl? Weiß ich nicht. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das weißt du. So, jetzt zieh. Super. Ich geh nach oben besser holen. Okay. Ja, okay. Ich hab selber drauf zu kommen. Versuch's mal für mich. Udo. Ich muss besser kriegen. So, jetzt erst mal das Karton öffnen und dann bauen wir es zusammen. Muss man da viel zusammenbauen? Wilke, bin ich der Karton? Du bist König der E-Bikes. Ja, ich bin König der E-Bikes. Ich kaufe immer E-Bikes. Dann sind die fertig. Dann fahre ich. Dann setze ich mich drauf und fahre los. Aber du lässt dir alles in den Karton schicken. Du genau weißt, der Udo, der macht das schon. Ja, weil das nur Udo kann. Ja. Ich erinnere daran, als du die Anhängerkupplung Winkelsoße da gebaut hast. Der hat aber ziemlich dicke Reifen. Die haben mich gefragt, Alter. Jetzt ernsthaft. Wir kriegen da keine Kohle oder so für, ihr Lieben. Die haben mich gefragt, jo, braucht ihr für den Fußballverein noch ein Fahrrad zum Testen? Da hab ich gesagt so, ja, klar. Man muss jetzt aber auch fairerweise dazu sagen, ich hab mein E-Bike auch verschenkt. Richtig. Das darf ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das hast du einem unserer Spieler, einer unserer ausländischen Spieler gegeben. Der fuhr immer auf dem alten Fahrrad. Der musste dann zu seiner Lehrstelle und sowas. Dem Isar. Isar kommt von der Elfenbeinküste. Der war auch schon mal ein Video. Und Isar macht eine Lehre im dritten Lehrjahr. Ja. Konstruktionsmechaniker. Richtig. Und den hast du dein E-Bike gegeben. Genau. Geschenkt. Weil er ja kein Fahrrad hatte, um zur Arbeit zu kommen. So, dann hab ich jetzt die Chance ergriffen. Aber das ist ja nicht so ein Fahrrad normal alltagstauglich. Sondern ich glaub, das ist eher so ein Cruiser zum Rumknöseln. Oh, wir gefackeln jetzt wieder. Komm. Udo. Fertig. Oh, Junge. Ja. Heute Morgen kein Ei gehabt. Au boah. Peter, das musst du doch sagen. Au boah. Heute Morgen kein Ei gehabt. Au boah. So. Jetzt hast du das Ganze... Heute Morgen auch kein Ei gehabt. Au boah. So, heb an jetzt hier. Au boah. Oh, Satan. Heb an. Tu ich doch. Nee. Doch. Halbherzig, ja. Ja, wie halbherzig. So. Boah. Satan. Nee, ein Fahrrad. Oh, Jassi. Hier musst du ja alles festmachen. Hätte ich Wilfried mal gefragt. Hätt ich Wilfried mal gefragt. Willst du mich jetzt in Frage stellen oder was? Nein, nein. Nein, nein, nein. Du bist ein Fahrradwerker. Ja. Ich baue dir so ein Fahrrad in zwei Tagen auf. Und dann ist die Chance auch sehr gering, dass es läuft. Ja. Ich habe noch nie ein E-Bike zusammengebaut, Wilke. Noch nie. Ich mag gar nicht. Das wird nie gut gehen. Was ist das denn? Was ist das denn? Wieso haben sie die Schrauben nicht gleich und dann mit festgemacht? Leute, Leute, Leute. Da soll ich ein E-Bike zusammenbauen. Und das Ding ist noch gar nicht zu davor. Ach so. Das Vorradrad ist noch gar nicht drin. Die reifen nicht kaputt. Ach, halt dich. Oh, Entschuldigung. Nur das Messer in der Hand. Bitte nicht ausflippen. Nein. Ich bin ganz lieb und artig. Das könnte ich morgen wohl mit Arbeit nehmen. Testen. Als wenn ich mit so einem Fahrrad da hinkommen würde. Ach, da wäre ich der König der Fahrräder. Meine neue Frisur zeigt. Windschlüpfrig geworden. Hat dir schon jemand ein Gepäckleumhalt zu wickelt? Nein. Ja, dann wird es aber höchste Zeit. Dass der Ding immer so anschreit. Hat er dich auch schon mal angeschrien? Überlegen, was du sagst. Ist hier schon wieder Zensur? Weiß ich nicht, wie sowas läuft. Ich meine, er hat mir das erst mal vor 45 Jahren angeschrien. Echt? Ja. Wird das heute noch? Wann brauchst du das Fahrrad denn? Weiß ich noch nicht. Doch wohl nicht vor Weihnachten. Jetzt stell dir mal vor, Jochen. Torben würde noch helfen. Dann würde der erste Schnee liegen. Weißt du was? Mir macht jetzt Zaubertrick. Ja. Muss ich aber festhalten. Ich kann das nicht so wie sonst machen. Ja. Und. Yay. Fertig. Was sagst du jetzt für jemanden, der das Fahrrad geschickt bekommt? Zusammenbau. Einfach? Nicht so einfach? Schwer? Das war einfach zusammenzubauen. Das war sehr gut in den Unterlagen zu erkennen. Aber die Unterlagen sind nur auf Englisch. Ja, aber dafür habe ich dich ja. Mir kann ja nicht so gut Englisch. Also ich glaube, wir mussten da nichts übersetzen. Man sieht das an den Bildern ganz gut. Richtig. Ja, komm mal so ein Moped mal testen. Yes. Guck mal, was der für fette Reifen hat Udo. Ja. War? Ja. Da fahre ich morgen mit Zaubert. Ich hab's auch zusammengebaut. Moped ist an. Auf geht's. Das Moped ist an. Oh wa. Das musst du als Frage stellen. Also probier das mal. Das Moped ist an. Oh wa. Nein, ist das Moped an. Oh wa. Ist das Moped an. Oh wa. Erst geht er schwer und dann kriegst du auch mal einen Stoß und dann weg ist er. Soll ich mal einmal rumfahren? Ja, gib mal Gas, Alter. Gas, Udo. Ja ne. Und? 100. Aber ich bin ja auf Stufe 1. So, da geht der ab, die Schwitzkatze. Woran machst du das jetzt aus? Was? Woran machst du das aus? Ja, woran du das erkennst? Am Windzug am Arsch, du Durstel. Natürlich, da merkst du doch wie er weggeht. Geht gut ab, saßte. Ja. Und man muss jetzt ja dabei sagen, mir hat das super zusammengebaut. Das hätte ja jetzt auch nicht funktionieren können. Ja, deswegen bist du auch zu ernst gefahren. Also ich hab keine Ahnung, jetzt mal ernsthaft, Udo, wir sollten das Ding testen. Äh, was sagst du? Lackierung, Art des Zustand hier, Verbau oder wie nennt man das alles? Ja, ich finde das mit dem Ballonreifen sehr gut, weil du hast wirklich Geschwindigkeit drauf. Richtig, du merkst nicht die Federung. Also du merkst das nicht so, wenn du auf hartem Untergrund fährst. Ja. Das fährt gut. Lackierung sehr schick, muss man echt sagen. Also äh... Gibt es noch was, was nicht so geil ist? Ne, eigentlich finde ich das Fahrrad okay, muss ich echt sagen. Also für den Jugendlichen ist das optimal. Für den Älteren ist das zu tief. Ich kann natürlich den Satz, den Sattel jetzt höher stellen und 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 und. Aber da bleibe ich lieber bei meinem E-Bike. Aber das, wenn ich jetzt 20 Jahre jünger wäre, würde ich richtig mit angeben bei... Weißt du wo? McDonalds. Bei Meckes. Richtig. Udo hat das Moped getestet. Er findet es ganz cool. Wir schicken mal den Link für das Moped mit in die Beschreibung. Da könnt ihr mal draufklicken, euch das Fahrrad angucken. Und du wolltest das jetzt, glaube ich, benutzen, um die Eckfahrten einzusammeln. Oh, der fährt auch alleine, glaube ich. Wie, der fährt alleine? Ja, der brauchst gar nicht... Hier. Der brauchst noch nicht mal treten. Ja, du bist hier dran stehen geblieben. Wie viel Spaß Udo damit hat. So, das war alles hundertprozentig. Das Fahrrad habe ich zusammengebaut. Fährt gut. Jetzt muss Papa auch noch was machen. Nimmst du das Fahrrad mit? Oder muss ich das auch noch? End so. Du hast doch einen Fahrrad. Ich überreiche dich feierlich die Schlüssel. Danke. Viel Spaß. Wofür sind die? Für den Helikopter, der gleich kommt. Natürlich für das Fahrrad. Was kannst du wieder drücken? Jungen, wir haben jetzt einen neuen Fettreiniger. Lass das bloß nicht oben liegen. Trink das. Dann kannst du deine Rippen mal wieder senken. Nimmst du ab. Lass dir Fett runter. Jochen, Alter. Immer freundlich. Dann kann man gut durchleben. Toben. Toben, hast du Mittel gegen Grashüpfer? Er meint dich. Mein Rasen, ich glaube, ich werde fressen. Freundlichkeit kennt keine Grenzen. Denn Freundlichkeit ist überbewertet. Und wenn ich gleich zuschlag, dann ist die Freundlichkeit weg. Weil dann blutest du. Du kennst auch bloß Gewalt. So, Jochen. Sorry, hau ab. Hau ab, Jochen. Tschüss. Die Mütze ist kacke, Alter. Die haut dir so einen Schatten ins Gesicht. Was soll ich denn machen, wenn die Sonne so prallt? Dann muss ich die aufhaben. Sonst kriege ich einen Sonnenstich. Dann bin ich noch mehr durcheinander. Aber der Spruch von Jochen war gut, ne? Welcher? Mit dem Fettzeug. Sauf das Fettzeug. Dann sieht man deine Rippen mal wieder. Was hast du da mit den Gummistiefeln vor? Gehst du auf eine Wattwanderung? Oh, wa. Wattwanderung kann ich gerne machen. Und dann auch warte. Dann hau ich dir gleich um die Ohren. So, jetzt pass mal auf. Ja. Wir müssen jetzt eine Planänderung machen. Wir müssen eine Lösung finden. Du hast erstmal wieder Hausverbot bei Dr. Edgar, weil du die Hälfte davon Diebstahl auf den Lippen liegen hast. Da stand doch der Kuchen da oben! Ja, was hast du jetzt vor? So, pass mal auf. Hara hat mich gestern angesprochen. Die letzte Laterne, die da hinten steht, bei dem grünen Kasten. Die grüne Master. Ich sehe keine Laterne, weil da alles zugebaut ist. Komm hierher. Der Pfeiler da. Sicher, hier stehen Hunderte. Der da hinten, bei dem grünen, bei dem, bei dem, bei dem, äh, äh, jetzt pass auf, bei dem Torwand. Da steht ein Pfeiler hinter. Laternenpfeiler. Wo? Hier? Der, komm hierher. Der grüne, der lange. Das siehst du doch, zwischen den Bäumen. Den meinst du. Den mein ich. Der muss da raus. Den willst du jetzt da raus? Nein. Der soll dann da hinten hin. Der soll halt halt eine Lampe draufbauen. Und das, das filmen wir jetzt. Nein. Dass du mir erzählt, dass der da weg soll. Das weiß ich schon lange, dass der da weg soll. Na, warum sagst du das denn nicht vorher schon? Ja, was weiß ich denn, was du vorst. Ich dachte, wir flexen den ab oder so. Hast du eine Waffel oder was? Oder andere laufen den Bogen oder was? Das können wir dann ja raus. Oder was? Oder was? Oder was? Mann, Mann, Mann. Was hast du denn jetzt vor, Udo? Das weißt du selbst nämlich noch nicht, ne? Ne, ich muss erst mal gucken, was ihr geschafft habt heute. Was habt ihr heute geschafft? Plätze gewässert, aufgeräumt, Rasen gemäht. Wo habt ihr aufgeräumt? Deine Soße da hinten haben wir nicht aufgeräumt. Ne, das ist aufgeräumt. Sollen wir mal hängen zum Filmen? Ne, das brauchst du nicht filmen. Das ist aufgeräumt. Nach dem letzten Stand ist die letzte Garage fertig. Ja, lass uns gucken. Ja. Das wird nur auf mich herumlaufen. Los, Udo, Lob. Ja, das hast du wunderschön gemacht. Das hab ich wirklich gut gemacht. Ja, das ist ein wunderschöner Käfig geworden. Na, guck dir mal den Rasen und so an. Ja. Liebe Leute, da könnt ihr mich auch mal loben. Schaut mal an, das hab ich ja gemacht. Das ist ja nachweisend für mich. Ja, aber guck dir das mal an. Wilk hat den Fußballkäfig wieder grün gemacht. Du hast den Platz grün gemacht? Ja. Ja. Und Udo sorgt dafür, dass deine Augen gleich blau sind. Udo, ist das eine Drohung vor Kamera? Ne, Tatsache. Ich hab nur noch Tatsachen hier. Weil hier wimmelt's von Kacke lagen. Was? Die Tatsache ist, das Ding ist jetzt aufgeräumt, oder was? Ey. Das hab ich jetzt gesehen. Oh. Platz, weil Udo braucht nicht mehr arbeiten. Garage ist mal vernünftig wieder eingeräumt. Weil ich wusste ja, dass die das heute Morgen benutzt haben. Und sowas sauber gemacht wurden. Ne, nicht. Hier. Siehste? Da hätt ich jetzt wieder Schuld für gekriegt. Jetzt siehst du das. Ich war jetzt die letzten Tage nicht an dem Rasenmäher. Ich kann's nicht gewesen sein, ja? So. Was haben wir jetzt vor? Ich weiß es noch. Was? Wieso ist die Schieb gerade voll? Das ist ein Anhänger. Ja, warum ist der Anhänger voll? Woher soll ich das denn wissen? Du warst doch hier heute Morgen. Guck dir die Schweinerei an. Torben! 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 Warum ist der nicht leer gemacht worden? Torben! Torben! Der hört nicht. Ich hau ihn noch mal die Gehörgänge frei. Er hört wirklich nicht. Weißt du noch, wo du da unten standest und hast nur was gesagt? Da hat er dreimal gefragt. Was hast du gesagt? Und auch, als wir das gezeigt haben. Er sieht nichts. Er sagt selber, er braucht entweder Kontaktlinse oder eine Brille. Er, gut, technisch ist er ein Fehlschuss gewesen. Auch wenn er ein feiner Kerl ist. Wir haben ja Spaß. Aber, nee, will ich nicht mehr. Jetzt kann ich das wieder wegbringen. Au! Hast du das gesehen? Au! Das haben wir doch gar nicht erzählt. Das gehen wir hin und zeigen. Ja, weil ich muss da ja wieder runter. Also ich war, mein Herz ist geblüht, als ich das gesehen habe gerade. Glaubt mir keiner, was passiert ist. Dass ich mir diesen Tag noch erleben darf, das ist so was ehrliches. Der Lupo ist weg. Er wurde gestern Abend nach langer Zeit endlich vom Christ abgeholt. Zabok hat es geschafft, den mal nach sechs Monaten abzuholen. Ich habe ihm vor acht Wochen die Schlüssel gegeben, Papiere gegeben. Und jetzt hat er es geschafft. Und er hat gestern noch, Torben hat mir das gerade erzählt, geschrieben, der Motor läuft anwandfrei. Na komm, jetzt die Soße da weg. Ja, dann packst du ihn mit an. Ja. Udo, was glaubst du, ist der schwer? Nee. Der ist schwer. Nee. Die kriegen wir nicht hoch. Ja, sicher. Ja, sicher. Warte, ich muss anders. Ja, warte denn jetzt. Ich war doch oben. Nee, das war meine schwache Hand. Ja, ich war doch oben. So, bist du bereit? Ja. Los. Komm, du kippen. Zieh ihn, halt das Ding fest. Mach ich doch. Ja, das sehe ich. Muss ein bisschen umkippen. Ja. So, das ist wie so eine Kuchenform. Was hat denn das? Sieht jetzt aus wie ein Kuchen, pass auf, wie ein Butterkuchen. Nur aus dem Gras. Hochheben. So. Ist da noch was drin? Dann mach raus. Ja, komm ich doch, wie soll ich da denn rankommen? Ja, dann halt fest. Ja, ich halt fest. Ja, runterlassen. Runterlassen. Gibt es auch wieder eine Ansage für? Steh da mal wieder so eine Ölgötze. Du bist das Oberkakerlake Nummer eins hier. Diesmal nicht. Das warst du. Nein, das war ich nicht. Fall du mir auch nicht in den Rücken. Frag mal Herrn Timo, der wollte die wegbringen. Ja? Das war ich. Ich schwöre. War ich nicht. Seit wann können Kakerlaken schwören? Kannst du mal aufhören, mich zu beleidigen? Nee, ich beleidige dich nicht. Das ist eine Tatsache. Ich will das nicht beschreiben, warum ich Kakerlake sage. Ich habe nur drei, wie auf der Tankstelle gesehen, die nebenan saßen. Udo, 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 Udo. Nee? Und der Oberkakerlake, der stand vor der Kamera. Haha, hinter. Ja, der hinter. Und ihr? Der Oberkakerlake. Ja. Ich will es halt mal sagen. Ja, nein, nein. Der Zör Oberkakerlake. Und dann geht er nur. Udo, Udo, Udo. Der Einzige, der sich komplett rausgehalten hat, war Daniel. Na, Danks von dir. Aber du? Ja, das will ich ja nicht so sagen. Aber ich glaub, ich glaub nicht meinen. Das war Udo. Da kommt mein Bruder. Eigenes Fleisch und Blut mit dem... Ja, Udo. Du hast so Knicks hier. Ihr seid alles so Schlitzohren seid ihr. Weißt du, als ich damals angefangen bin, als ich den da kennengelernt habe. Den. Durch Zufall. Ich mein, ich kann den hier vorher. Aber mit dem ganzen scheiß Instagram und das. Als ich den kennengelernt habe. Da war die Welt für mich in dem Moment vorbei. Und das ist seit fünf Jahren begleitet er mich. Und jetzt? Na, jetzt muss ich das Gras draus machen. So, ich hab leer gemacht. Hier hat einer blaue Tüte abgelegt, voll mit Chromkochen und das. Wir machen eine Aktion für Kinderkrebshilfe. Wir haben die blaue Tonne da hinten stehen. Dann wird das gesammelt und dann wird die abgeholt. Das ist unsere wunderschöne blaue Tonne. Die haben wir uns hier hingestellt. Kronkorten sammeln für das Kinderhospiz Löwenherz in Sieke. Halbfeucht. Ja, geil. Geil. So, Deckellauch fertig. So, den Rest wird morgen gemacht. 28 Grad, dass mir zu heiß ist das. Du stehst hier mit ein bisschen Öl. Geil. Was guckst du mich jetzt an? Weil du da so blöd stehst. Darum guckst du nämlich. Ich hab mir nämlich wieder was gedacht. Morgen schauen wir richtig was. Klappe zu. Tschüss. Vater, Vater, wartenstress hier schon wieder am frühen Morgen. Die haben sich schon wieder richtig entladen da oben. Sprecher geht bis da. Nein, Sprecher geht bis da. Ich hab mich tot lacht. Sprecher geht bis da. Nein, der geht bis da. Dann hab ich das vermisst. Was ist jetzt dein Problem? Warum hast du dich jetzt mit Wilfried gestritten? Nee, ich hab mich nicht mit Wilfried gestritten. Timo, haben die sich gestritten? Ein bisschen haben die sich in der Wolle gehabt. Nein, das ist normale Bruggerliebe. Der Wagen, der müsste hier weiter her. Dann macht der das da auch nass. Ja? Und wer hat das verschuldet? Wilfried hat den so kurz nach hinten hingestellt beim 16er. Und da hab ich gesagt, Wilfried holst du nicht weiter. Da sagt er, da werden die Steine nass. Der fährt ja nicht so, der fährt ja so. Also wird das da vorne auch mal nass. Wir werden jetzt da zu den... Komm doch noch nicht da! Ich hau dir gleich ein Glockenspiel ins Gesicht. Ich möchte übrigens ein riesen Lob haben. Wofür? Dass ich hier mein Werkzeug zur Verfügung stelle. Das kannst du auch mal feierlich erwähnen im Video. Warte. Und jetzt kannst du am besten noch in dem Video den Löwen aus Amerika einblenden. Und dann... Udo präsentiert! Danksagung für Wildgezieher, weil er sein Mopediergerät hier zur Verfügung stellt. Den Unterschrift haust du dann runter. Danke Udo! So, und dann hast du alles... Danke Udo! Ja, weil ich das ja erwähnt hab! So, wir haben heute ne ganz schweren Aufgabe mit Gartenarbeit. Timo unterstützt mich! Timo, war's schwer! Ja! Warte... Wann hast du vor? Die Seite fangen wir an, wir machen den Fangzaun sauber. Das heißt, das ganze Gras wird raus, anschließend vor und hinter. Ja. So, und danach werde ich, ich hab mit mir so einen Dreiecksparten von früher geholt, werde ich alles freistechen und rausreißen. Dass wir erst mal zwei, drei Monate Ruhe haben. Und was hat Timo zu tun? Timo wird das freischneiden. Und du machst mit den Sparten? Ich mach die Hauptarbeit mit den Sparten. Da muss... Kraft wird da gefordert. Weil Timo ist das ja so ein bisschen... Nee, der hat ja nicht so viel Kraft, aber Papa hat ja Kraft. Mach doch schon mal die Sense an! Nee, geht hier nicht! Zum Testen, das dauert nämlich mal ewig! Ja, nee, das dauert nicht ewig! Ich hab die Zirnschnur, die kannst du auf die Kabeltrommel aufwickeln, ne? Aber hier ist schon wieder Mist. Ja, das ist der Einzige, der ein Messer drauf hat. Da gibt's ja bestimmte Größenordnungen. Da darfst du kein Messer. Zum Beispiel jetzt hab ich einen, der ist kleiner. Da darf kein Messer drunter. Aber warum brauchst du das Messer? Weil das Band bei dem hohen Gras immer schnell abreißt. Und so Messer nicht. Du musst nur aufpassen, dass du nicht zu dicht am Zaun kommst. So, das ist ein Messer und der schneidet besser. Aber wo Messer? Weißt du das noch? Wir haben noch die Treckermesser weggebracht. Ja. Hat Jochen doch weggebracht. Die sollen sie schleifen. Ja. Inspektion war der Trecker. Kommt der wieder und sagt, was habt ihr mit dem Messer gemacht? Wieso? Die sind ja komplett verkehrt rumgeschnitten worden. Wo hat die? Wo hat die? Dann hat's Jochen. Ja, wo hat Jochen die hier gebracht? Das will ich jetzt nicht sagen, aber das war der Hammer. Privat. Die hat komplett verkehrt die Seite geschnitten. Also... Ja, wirklich? Ja, und er sagt... Er hat komplett die falsche Seite vor dem Messer geschnitten. Mit dem Flex. Ja, mit dem Flex. Und dann sagt der Typ zu mir, also vom Inspektionenwirt habt ihr mit dem Messer gemacht. Gott sei Dank konnte er die wieder zurückschleifen, ja? Und das ist ja so, du kannst den einfach so... Willst du Jochen dissen? Nein, weil... Willst du Jochen dissen? Ja, dann krieg ich wieder einen... Warte, der kommt ja heute wohl auf? Weiß ich nicht, aber dann krieg ich wieder einen Spruch reingedrückt. Aber Jochen ist der Knöller. Was ist jetzt dann schon wieder Timo Arsch? Äh, Timo! Wo ist der denn? Hier! Hast du ihn? Hast du ihn? Nein! Das ist wohl traurig. Ja, das weiß ich doch. Das ist ja so spät. Dann hängt er da. Das ist, äh, äh, was anderes. Ey Leute, der muss in den Reinkorn. Ja, das sagt man laut. Der kann, äh, den kann der, äh, Turm gleich kriegen. Der sollte ja beim, äh, wo die Banner dran sind. Im Freischneiden. Ja, einmal hol die kleinen Teckchen nach. Ne? Also, an, an, äh, Spritzer kann's nicht liegen. Ziehen hat der, glaub ich, den ganzen Lager aufgekauft. Jaha! Oh, was kannst du dann drieben? Solltest du ihn nicht mal aufräumen, Udo? Das ist bisschen aufgeräumt. Oh, was ist das? Das ist was Hartes! Ach, hier! Ziehen, 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 ziehen! Ich kann dich gleich wohl aufsetzen, ne? Ich bin dein Pater! Ha, 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 ha! Wirklich Stecker! Ja, benutzt den doch mal! Ja, dahinten steht doch einer! Nein, du bist doch Platzwart, nicht ich! Ich kauf dir so ne Gartenhilfe und du benutzt es nicht. Hab ich denn gesagt, du sollst es kaufen? Äh, Arbeitserleichterung? Arbeitserleichterung? Das kannst du zu Hause machen, aber nicht für 8000 Quadratmeter. Da ist doch trotzdem Unkraut drauf. Kann man auch rausholen, haben wir sonst auch gemacht. Du machst das nicht, aber wir haben sowas gemacht. Dann brauche ich dir so eine Gartenhilfe, du benutzt es nicht. Hast du mich gefragt vorher? Nee, aber willst du auf den Boden rumkriechen mit dem Messer? Ich habe gesucht, den dafür den Rücken. Was hast du jetzt gesucht? Wir suchen den Gurt. Weil du hast ja keinen Gurt mitgekauft. Du hast dir eine Sense gekauft ohne Gurt. Ja, nee, du. Was ist hier eigentlich wieder los? Ich wollte schon vor einer Stunde anfangen. Den Wald freizuschneiden. Ich wäre schon fast fertig gewesen. Er suche hier einen Gurt. Bin mir Kabel umhalten. Musst du das ein bisschen anpassen an mir und dann musst du das festknöpen auf den Rücken. Tanze mit mir in den Morgen. Komm her, lang. Tanze mit mir in das Glück. Einen kleinen Stift nur, wa? So. Zieh, lass die Tür auf, sonst hast du gleich die Tür. Oh, nee, keine Gewalt in diesem Video. Ja, das schnitt mich doch in den Hals, Junge. Ja, dann nimm das. Meine Fresse. So. Was denn so? Wir machen nur... Was denn nur wer? Willst du wieder um den Hals spinnen jetzt, oder was? So. Ich hatte die Suppe. Du kannst doch wohl so loben um dir. Ja, ich lauf den ganzen Tag und lauf den kompletten Wall ab lang, oder was? Ich lauf den Springer an. Das fängt jedes Mal mit deiner Scheißfinger an. Du bringst was mit, was nicht funktioniert. Weißt du, du bringst ein Gerät mit, was gar nicht funktioniert. Das haben wir wieder falsch angemacht. Ja, natürlich. Ich hab wieder was falsch angemacht. Verdammte Scheiße, der geht doch nicht. Der will mich doch verarschen. Der war doch auf Kaltstart. Wir machen jetzt wieder Fusch hoch 50. Wir haben den Gurt da nicht mehr für. Jetzt will er mir irgendwie so ein Tau um den Hals pinnen, dass ich damit losrennen kann. Ja, nun pass mal auf. Ein Moment. Weg hört das Gerät. Weg hin. So. Und wo hat er sein Gurt? Den hast du bestimmt geklaut. Mhm. Was macht ihr denn da jetzt für eine Konstruktion? Nun lass uns doch mal. Das funktioniert schon. Bisschen strammer? So. Ja. Sicher. Ja. Du musst das Band aber mitnehmen. Ja, also bild mir da den Mann um den Hals. Nee. Schneid das doch ab. Schneid das ab. Nein, das brauche ich doch noch in der Länge. Du kannst ihm da doch nicht ein 30 Meter langes... Na, aber knüpft sich das da vorne in den Motor, Junge? Ja, du drehst dich mit. Warte, ich hole es. Das will aber gut. Das sieht aus. Bin ich jetzt blöd oder was? Nehm eine Kneifzange. Ja. Die lag jetzt ja noch ein Katamasser. Ich reiße gleich sämtliche Gliedmaßen aus dem Körper. Ey, das dürrst du nicht. Das tut weh. Udo, da hinten hinten. 40 Schra... Warum ist das hier mal so? Was meinst du genau? Er sucht jetzt ein... Da an der Wand. Das reicht's. Ha! Sag mal ne. Ha ha! Es geht mit mir. Wie sieht das hier schon wieder aus? Ja, da war ich. Hier. Ganze Woche nicht hier gewesen, sonst war ich aber. Nächstes Projekt, Werkstatt wieder umbauen. Haben wir vor drei Monaten wieder gemacht, aber... Was denn? Er ist doch aufgeräumt. Da kann Finst nix drin. Nee, weil jeder seine Hand da in den Spielern. Wer hat denn das Kabel? Lass das Ding hinten an, halt's ab. Was macht ihr denn eigentlich? Vielleicht hab ich Ohr dazwischen. Oh. Lustig. Wo soll ich anfangen? Ja, wo wollen wir? Da! Da hinten? Nee. Ja, ist der Spaten? Ich hol ich jetzt. Hab ich vergessen. Vorne stehen. Timo? Timo, my love. Ich ziehe nicht einen Tag, was normal hier anläuft. Kannst du mir das mal erklären? Oh, du gibst jetzt Gas. Das musst du machen. Ich hab keine Sense mit Gas. Gas kann ich nur gleich da vorne. Aber Gas ist nicht gesund. Nun komm, ich... Ja, ich erscheine. Komm, tu ich nicht. Er soll seinen fiesen Spaten holen. Er hat so ein ultra super Ding. So ein Dreiecksparten hat er mir erzählt. Da hat er sich geholt. Da fängt Gras selber mit aus dem Boden raus, oder was? Ich hab hier wirklich eine Zündschnur. Die kannst du auf den Kabeltrommel aufwickeln, ne? Ja. Aber der bringt mich jeden... Jedes Mal bringt der mich zu Weißglut. Warum? Ich weiß es nicht. Hier, das ist ein Dreiecksparten. Ich meine, du hast ihn neu gekauft. Nein. Der hat er doch gerade erzählt. Hab ich ja gekauft. Wo hast du den denn weggekauft? Vom Flohmarkt, oder was? Nee, die hab ich von mir, von der Oma geliehen. Geliehen? Ja. Hat er doch gerade erzählt. Die hat ihn besorgt, gekauft. Ich hab nichts gesagt, dass ich den gekauft bin. Was kann der jetzt Besonderes? Der kann... Der Leicht, der geht ja in den Boden rein. Wie Leicht geht der in den Boden rein? Ich hab mich, wie Leicht. Wie leicht. Das ist ja nicht. Vielen Dank.